Willkommen zur nächsten Adventskalender-Folge. Heute gibt es mal Slither.io. Warum auch nicht? Ich meine, es gab Paper.io, da kann es auch Slither.io geben. Ich meine, klar. Und ich würde sagen, ohne viel zu quatschen, wir fangen mal an und gucken mal, ob wir da vielleicht ein bisschen erfolgreicher sind als in Paper.io. Ich habe mich gerade schon mal ein bisschen aufgewärmt, da hatte ich eine Länge von 4000 irgendwas. Also, ja, nichts Schlechtes, würde ich sagen. Und ich nehme mal hier aus Spons das Europa-Flang-Skin, so nenne ich das immer, rausgepickt. Und super, das ist ja schon ein nicer Move. 58, das ist natürlich im Vergleich zu 4400, wie ich sie gerade hatte, also vor der Aufnahme. Ja, etwas maler, würde ich mal sagen. Mal gucken, okay, hier sind zwei dicke Schlitters, die hier ein Battle machen, wie es aussieht. Und so ein kurzes Würmchen, was hinterher schlittert. Sehr amüsant auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir wollen erst mal unter dem Radar gucken, ob wir dann irgendwo hier und da mal zwischenfunken können. Zum Beispiel hier, jetzt mal zwischenfunken. Lol, 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 da. Den hier auch noch zerlegen müssen, Alter, dann wäre ich jetzt aber hier richtig krass gewesen. Aber okay, wir sind jetzt zumindest schon mal größer geworden. Ah, ah, oh shit, Alter, das war... Ah, knapp, Alter, der hätte ich auch fast noch nicht bekommen. Also, dass er nicht bekommen hätte, das wäre jetzt nicht gut gewesen. Aber guck mal, hat er einfach richtig viel vergessen. Was, ein Auto, Alter? Können wir jetzt mal ärgern und mal reinfahren. Okay, der hat schon gemerkt, dass ich ihn A haben wollte. Der hat direkt einfach umgedreht, ne, ist klar. Gut, aber wir sind noch nicht im Scoreboard oben drin. Das heißt, wir sind noch zu unbeleutend, mal wieder. Meins. Alles meins. So, alles meins gefressen hier. Genau, alles meins gefressen hier. Der hat schon gemerkt, dass ich ihn haben wollte. Wow, knapp. Der wäre jetzt gerade schon fast wieder ein Unfall passiert. Oh, geh weg, du kleiner, kleiner Wichter. Nee, 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 ich kriegste nicht. Das wollen wir jetzt, weißt du, dieses ganze Kleinen. Da kann man sich so richtig hart verschätzen, ne? Weil ja einfach alle, glaube ich, gleich schnell sein können. Und da ist so ein kleiner, die dann abluchsenwild, das ist ganz schlecht. Komm, wir schleichen uns mal hinter dem hierher. Wollte am besten noch hier reinlautschen, ne? Das wäre es so gewesen. Von am besten ist es am besten, dem hinten einfach reinklatschen und dann gucken, was passiert. Aber wenn er so schnell fährt, das könnte sein, dass der jemand hier hakt und dann gleich auch hier in leuchtenden Punkten endet. Okay, der jagt, glaube ich, einen grünen. Ah, der hat einen geilen Skin. Ah, schade, er hat es gerade noch gesaved. Okay, der grüne hier ist auch irgendwie, den wir mal verfolgen. Ja, okay, also jetzt haben wir ein bisschen grün bekommen. Immerhin etwas, nicht den weißen, den ich haben wollte. Ah, Fork, das war gerade knapp. Jetzt kommen wir noch, Liana, Hilfe. Er wird langsam eng hier, im Mädel auf der Street. Ne, keine Sorge, blauartig will ich gar nicht haben. Du bist mir zu unbedeutend. Ich nehme nur die großen hier. Okay, der macht hier einen auf Kreisfahrt. Auch nicht dumm. Können wir auch mal machen. Wir können ja mal jetzt hier uns einen Safe-Kreis aufbauen. Einfach so, um es zu haben. Um zu gucken, was die Nachbarschaft hier so treibt. Weil noch sind wir relativ sicher hier. Ich glaube, die zwei Feiten gerade wieder. So, was heißt Feiten? Die Feiten hier. So kann man es, glaube ich, nennen. Genau darauf habe ich gewartet, Alter. Jo. Ja, ne? Also genau auf diesen Moment habe ich gewartet, dass das passiert. Dass wir jetzt einfach da hinterherlaufen und dann, ja, alles bekommen. Das Problem ist nur, wir sind immer noch nicht im Scoreboard drin. Das stört mich gerade so ein bisschen, dass wir jetzt da nicht auftauchen. Also gerade diese zwei kleinen Pipifax-Viecher hier, die machen mir jetzt gerade Angst, weil, ne? Bei denen weißt du halt nie, ob die nicht doch mal irgendwie eklig zurückschlagen können. Okay, er hat gemerkt, dass ich das wieder vorhatte, aber gut reagiert, Kollege. Gut reagiert. Hier oben war ja noch so ein großer Bunter. Ist der vielleicht auch noch da? Okay, der ist scheinbar gerade eben gestorben. So ein Slack. Ja gut, hier liegt was rum. Also der ist gestorben. Auf jeden Fall. Oh, hier. Oh, lol. Keiner ist da. Läuft. Einfach so liegt das alles hier rum. Keinem gehört es. Ja, läuft. Ha, lol. Aber wir sind nach wie vor nicht im Scoreboard drin? Was? Als ob? Nein. Was ist da bitte los? Dass wir nicht im Scoreboard auftauchen. Wir sind so riesig. Guck mal, wir haben einen Wendekreis von einem Hochhaus. Und ja, Hochhäuser können sich wenden. Ja, das kennt man doch. Wenn in New York mal wieder irgendwas umzieht, dann wird es einfach gedreht. Der könnte gleich ganz gefährlich werden für mich. Aber ich glaube, ich bleibe immer auf Distanz. Wobei wir könnten mal noch ein bisschen in die Mitte reingehen. Alter, guck mal, was wir einfach für einen Wendekreis haben. Was ist da los? Oh, nein. Ich bin so doof. Oh, Gott, Alter. Ich fahre um. 8176. Ja, gut. Das ist ein bisschen mehr geworden. Ich wollte sagen, ein Try machen wir noch. Dann reicht es auch für heute. Wie gesagt, auch wenn euch das hier gefällt, können wir auf mir öfter mal spielen. Ja. Der Try zählt jetzt mal nicht. Jetzt lassen wir mal außer Acht. Das war jetzt, ne? Noch die Aufwerbphase. Ach ja, stimmt. Die Punkte stehen da unten. Ich troll. Gar nicht hingeguckt eben. Cool, ich bin gleich mal ein Video, um was da für einen Rang stand. Wo ich da wirklich aufgetaucht wäre. Wenn ich denn auftauchen wollen, hätten tun können, wäre... Gut ausgewichen. Ne, das ist drin. Wow. Da wäre er fast noch hinten reingerannt, ne? Na. Ui, er hat es geschafft. Das gleich auch nicht gelten ist. Das gilt alles nicht. Nein, wir müssen jetzt noch einen, mindestens killen. Das ist mein Anspruch, an mich selber jetzt noch einen Kill zu machen, damit das hier passt. Sonst geht das nicht, nein. Komm, da hat den doppelt europäisch geflaggten. Von geflaggten. Oh, hier ein ganz großer. Ja, vielleicht platzt der gleich auf, und dann gibt es wieder ordentlich Punkte. Bei, was muss man machen? An den Killen? Oder wollen wir auch einfach hier dabei sein, miteinander? Ach, du Scheiße. Uh, eng. Sehr, sehr eng gerade. Von lustig ist, die Wendekreise einfach gleich bleiben, fällt mir gerade so auf. Der ist gar nicht größer. Also, wenn man den kompletten Turn machst, der ist nicht zwangsläufig größer als bei einer großen Schlange oder Wurm, je nachdem, was es hier sein soll. Also, das lässt ja Interpretationsraum offen. Und hier ist gerade einfach gar nichts. Ich bin auf Rang 212. Ja, nice. Komm, den Kommen, was der da unten kostet, was es wolle. Wir killen Deutschland. So, was geht hier? Okay, jetzt wieder viel los. Das ist auch so eine riesengroße EU unterwegs. Hier haben wir ein pinkes Polen oder so, wie auch immer man das definieren möchte. Wow. Ja, ist klar. Dieser eine Millimeter. Okay, komm, letzter Versuch jetzt. Wirklich ein letzter Versuch. Wenn wir jetzt scheitern, dann ist Ende. Das sah komisch aus. Komm, wir holen uns jetzt hier Sea Truck. Okay, rennt weg. Schade. Iiiiih, wahrscheinlich. Ist klar. Na gut. Ich wollte sagen, das war's dann. Ich hatte mir kein Glück heute mehr. Das ist, äh, ne. Phänomenal peinlich auf jeden Fall, dass man das so krass bei verkacken kann. Aber, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, können wir auch gerne öfter mal spielen, auch im Livestream. Wenn ihr da Bock drauf habt, sowas zu sehen, können wir machen. Auch mit Paper.io oder den restlichen Spielen. Und ja, wer es gestern noch nicht gesehen hat, da kam wieder so ein lustiges FAQ-Video, wie ich die ja immer mache. So richtig schlechter, flacher Humor mit diversen lustigen Stimmen und auch ein paar neueren Sachen, die ich mal getestet habe. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, einfach mal reinklicken und gucken. Und ja, sonst, euch noch einen schönen Tag. Hallo, rein. Ciao.